hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren folge des king batted natürlich immer noch mit den sven weil er ist ja noch nicht gestorben ja und wir gehen in den server in 321 diesmal sind wir sogar zeitgleich krass das ist der wahrheit ja ich habe mich glaube ich ja ich habe mich eingebaut ja ich habe mich ja genau gut dass du dein name da oben ist dann weiß ich nämlich wo ich weiter runter bauen wird ja was ist das denn für eine fackel obwohl sie runterkommen ja ich habe die doch schon mal gesehen ja ja die hast du mir gezeigt so resource pack geändert falls wir irgendwie falls wir irgendwie dingens haben müssen ja ich mache die koordinaten lieber nicht an ok jetzt weiß ich alles alles safe alles auf jeden fall auf höhe 13 wo ich jetzt gerade bin ja ich baue die kohle ab ja was meinst du warum ich nicht nach da bau ja ist okay ich dachte nur ja ist ja denken ist immer scheiße ich gehe mal nach oben und bau schon mal ein zaubertisch oder hast du den hast du das obsidian dabei doch ich habe okay dann gib mir das mal dann baue ich schon mal ein zaubertisch oh ich habe es gehört so oh ja bieter danke so nach oben und es kann sein dass jetzt jemand auf den server kommt weil wir bereit zum kämpfen sind rein theoretisch also rein theoretisch jetzt nur na 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 Sven ich bin bereit jederzeit so bbm kiste ein diamanten ich brauche leder Sven wo ist unser zuckerrohr was hab ich ach so ja ok dann komm ich noch mal runter boah ich kann schon sagen so oh mein gott wo ist das zuckerrohr oh mein gott oh mein gott so exiled ok und ich kann ah 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 hat der nicht genau 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 ich hörte 1 2 million direkt daneben und zwar neue halt in der häle die fickt nicht neu machen die nicht junge fiek und 1 halbherzen alter oh oh du hast goldschuh bekommen dieses Skelett muss auch passen ok äh zuckerrohr hier dange ey Wie viel ist da? Oh, 34 nur. Das ist viel. Nee, das ist voll wenig. Ach, hier lang. Orientierung sind like about. Oh, Junge ist das, Alter. Halt die Fresse, Alter. Wenn du nicht wirklich stirbst, dann sag auch nicht, dass du stirbst. Weißt du, die Skelette sind so unnormal, ne? Ja. Ich schieße zweimal ab und ziehen wieder meine Hälfte des Lebens. Ja. Autsch. Ja, ich werde gerade auch beschossen von dem Skelett, aber ich bin in... Ja, okay, jetzt nicht mehr. Polka, Polka, Polka. Das ist einfach so ein Ohrwurm, ne? Oh, yeah. Ich finde das Lied aber auch gar nicht mehr so schlecht. Ich finde es scheiße, aber... So, Paper. 33 Paper. Ich mache aus dem Ganzen Papier Bücher, ne? Ja, ja. So, elf Bücher. Dann... I had the time of my life. Hä? Wie wird nochmal ein Zaubertisch gemacht? Ah, ja. Stimmt. Ja, stimmt. Ich weiß es. Alles safe. Jetzt haben wir keine Dias mehr. Alles sauberklar. Ja. Ah, Zaubertisch. Kies, Kies, Kies. Was ist das? Gravel, Alter. Ja, ja. Kies. Unnötig. Einfach nur unnötig. Wir haben noch zehn Bücher. Ne, ich mache da drauf keine Bücherregale, oder? Nein. Ich dachte mir so, nur so, so, nur... Jololese? Ja, Swaggetti. So, äh, Zaubertisch ist gemacht. Ich verzauber dann direkt mal meine Rüstung auf eins. Schutz. Oh, bitte voll... Ja, Schutz. Schutzwasseraffinität. Und... Schusssicher. Fuck. Ja, vor allem auf dem Eisenbrustpanzer habe ich Schusssicher, war? Bäh. Ist geil. Dann verzauber ich nochmal ein Diaschwert auf eins. Schärfe. Ja, also, ich bin jetzt schon mal... ...verzaubert. Oh. Oh, ja. Und dann komme ich jetzt auch weiter runter zu Minen, weil... ...falls jetzt jemand kommt, dann bin ich bereit. Und dann denke ich mir so... Ich bin da mal mit jederzeit. Also, das OCD-Pack ist schon geil. Hast du dir jetzt eigentlich mal Paper Cutout geholt? Oh, wann denn? Ja, keine Ahnung. So, ja, so wäre es cool, wenn du mir Link dafür rüberschicken würdest, weil ich dann nicht zukommen werde. Ich habe keinen Link. Ja, über den TS-Kreis, warum darf ich denn rüberschicken? Ah, aber ich habe keinen Link dazu. Wo hast du es dir da runtergeladen? Ja, auch von der Rap-Seite. Gebt doch einfach bei Google ein Paper Cutout. Und dann findest du... Alter, sind hier viele Monsters. Alter. Das ist ja ein Drecks-Grabble, ne? So viele Monsters. Aber ich habe es schon sicher. Ich habe es schon sicher. Oh, oh. Oh, oh. Ups. Hä? Der hat gar nichts gemacht, der Creeper. Oh, ich habe Lapuslazuli gefunden. Lapuslazuli. Es heißt Lapislazuli. Oh, jetzt kommt so ein Mini-Zombie oder was? Ja, jetzt nicht mehr. Ha, Fotze. Soundcheck. Oh, sind hier viele Monster. In der Tat. Oh Gott. Oh Gott. Oh, jetzt kommt hier auch noch so ein Fack-Skelett, ey. Oh, Sven, Alter. Wie wäre es mal mit Ausleuchten hier? Ich bin einfach so schnell... Du meinst jetzt wahrscheinlich die Höhle da, ne? Ja. Ich bin einfach nur schnell durchgegangen, weil ich nicht die Höhle erkunden wollte, sondern Dias fahren. Mann, Mann, Mann. Jetzt dauert es wieder drei Jahre, bis wir Dias finden. Ja. Oh. Oh, das war knapp. Dieser Creeper wäre fast explodiert. Exploded. So. Hier ist noch Gold. Und Isen? Ich glaube, ich habe gerade deinen Namen gesehen, ja. Außer uns ist ja auch niemand hier. Das ist gut. Hm. Naja, nee, nicht unbedingt. Ja, gut. Wir müssen halt in den nächsten Folgen mal kämpfen. Ich glaube, das hier ist... Ja, X7. Das, äh... Ist... Im... Im Grunde genommen kann es ein Problem werden, ja. Äh, warte mal. Oliver Gastow kann auf deinen Regelwert-Video verweisen. Mein Zuschauer will wissen, wie... Die Regeln so sind. Hä? Da fragt wahrscheinlich irgendeiner, äh, so ein Zuschauer will wissen, wie die Regeln sind. Und dann fragt er wahrscheinlich, ob er auf dein Video hinweisen darf. Ja. Okay. Ja, ich sollte vielleicht mal nicht, äh, in die Skype-Konfig gucken, wenn ich hier am Main bin. Ich bin so klug. K-L-U-K. Ach ja. Ein bisschen Steak essen. Aber finde ich gut, dass Benni das fragt, Alter. Der mit seinen... Oh, hier ist eine Hexe. Wo bin ich eigentlich hergekommen? Oh, geil, Alter. Oh, die Hexe hat Schadenstränke. Alter. Knall, diese Hexe. Ich bin vergiftet. Ich bin vergiftet. Alter, super. Ah. Ich sehe auf jeden Fall da hinten deinen Namen. Oh. Ich habe mich eingebaut. Also, wenn du stirbst, ne? Ich nehme deine Sachen auf. Keine Ding. Halt die Fresse. Okay, ich bin auf in das Skype-Konfig zu schreiben. Das vibriert jetzt dauerhaft. Hier. Oh, yeah. Es vibriert. Findest du doch gut, oder nicht? Wenn es vibriert. Alter, ich bin voller Pfeile. Handy ist ja nicht an meiner Hosentasche. Wut, wut, wut. Oh, oh. Oh, oh. Creeper, creeper, creeper. 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 Ist die Hexe da immer? Ja, die Hexe ist da immer. Das ist nicht, creeper. Oh. Nein. Nein, Hexe, du siehst mich nicht. Verpiss dich. Hexe sieht dich nicht. Hexe. Hey, was ist, wenn die mir jetzt einen Vergiftungstrank droppt? Bist du gefickt? Alter. Creeper, creeper, creeper. Oh, hier war gerade der Lightning Bug. Ich glaube, das war der Lightning Bug. Oh, ich habe einen Bogen gedroppt bekommen. Nice. Finde ich sogar sehr ziemlich geil. Finde ich sogar sehr ziemlich geil. Guck, das ist ein Skelettensherr. Es gibt sehr viele Skelette. In diesem Land. In einem Land vor unserer Zeit. Ups. Aber eigentlich sollte ja niemand unsere Base finden, oder? Nein, woher denn? Alter, ah. Ja, weiß ich ja nicht. Sorry. Ah, hier ist ein... Ah, okay, hier ist unsere Base. Oh, 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 oh. Frieden, 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 Frieden. Oh, Entschuldigung. Ich habe nur auf... Ah, ja, wir spielen ja 1-7. Hier kann man Block halten. Fuck, sorry. Darauf war ich nicht vorbereitet. Uff. Von wo schießt mich denn jetzt schon wie ein Skelett an? Fotze. So. Okay, hier habe ich doch irgendwo Gold gesillt, Leute. Hm, nice. Willst du auch mal deine Sachen verzaubern vielleicht? Ja. Ich fuck das nur gerade richtig ab, dass wir einfach keine Dias finden. Ja. Vor allem, weil wir keine Dias mehr haben, Alter. Ist nicht so geil. Ach ja. Oh, äh. Hm. Hä? Alles? Nix. Ach! Du, 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 du minst hier, okay. Dann mine ich mal weiter. Ja, ja, ich habe da hinten die... ...hierne Auffang nach oben kaputt gemacht, damit ich hier durchkam. ...hierne Auffang nach oben. Alles easy. Ease? Ease, ja, ease. Ease, digga, ease. Aber finde ich gut, dass Benni das fragt, ob er auf mein Video verweisen darf. Das weiß ich auf jeden Fall auch, dass er da jetzt gesehen hat. Ja, ja, voll gut, Alter. Vor allem... Vor allem, weil der 700 Abonnenten hat. Ach, der ist das Wallplay? Ja, Wallplay. Oh, Wallplay. Ich will mir das. Dann lutscht da rein. Ja, ja, du musst dabei lächeln. Nur blöd, dass ich keine Facecam habe. Und du auch nicht. Also sieht das keiner, wenn du dich. Du hast das mit iPod aber gemacht. Ja, ja. Aber ich habe jetzt keinen Bock, das nochmal mit iPod zu machen, weißt du? Das ist voll viel Arbeit. Bitte? Deine Webcam. Ja, deine Webcam ist aber scheiße. Was ist das? Keine Ahnung. Nee, nee, das hier. Jo, das sind Dias. Was ist denn das für ein Erd? Erz, Alter. Das sieht voll komisch aus im OCD-Pack. Ich habe gerade 4 Dias gefunden. Ja, bringt ja nichts. Ja, wie, bringt nichts. Ja, also mir nicht. Wieso sollte die das noch was bringen? Wir wollten damit ja anfangen, Rüstungen zu bauen, ne? Ach, so, ja, ja, klar. Ach, vor allem, ich kenne ja die Erze aus dem Erd. Aus die D-Pack so nicht, ne? Und das sah irgendwie komisch blau aus. Das sah eher aus wie Lapis Lazuli, weißt du? Und dann denke ich mir so, oh, geil. Muss ich gleich schon wieder pullern. Ja, und selbst wenn ich das lapis Lazuli sehe, brauche ich das auch ab, wegen dem Level. Ja, ja, klar. Aber ich werfe das dann direkt wieder weg, weißt du? Direkt genauso wie Dias. Ne, genauso wie Redstone. Zucker brauchen wir nicht, oder? Ne. Stimmt, okay. Äh, brauchen wir Schwarzpulver? Ist, TNT ist erlaubt, ne? TNT. Aber, keine Ahnung. Ja, ich behalte es einfach mal. Weil, wir können ja auch Fallen bauen, deswegen. So, eine Fackel. Oh, hinter dem Redstone war Kohle. Und jetzt hinter der Kohle Dias. Geil! Sind wir überhaupt auf der richtigen Höhe? Ja. Ah, ja, klar, stimmt. Ich habe doch gerade hier Dias gefunden. Oh. Ups. Aber ich muss sagen, diese Folge ist schon relativ produktiv, weißt du? Äh. Bing! 25. Ich meine, Dias gefunden, Zaubertisch gebaut. Ah, alles klar. Wir werden jetzt gleich gekickt. Leute, wir werden mal gleichzeitig gekickt. Oh, und hier ist noch Eisen. Ah, ich muss das Eisen noch abbauen. Nein. Ah, okay, scheiße. Warte mal, jetzt finde ich so eine letzte Sekunde Dias. Ah, da ist die Folge auch schon wieder vorbei, Alter. Das geht echt schnell, Mann. Okay. Ich würde sagen, hau da rein. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Tschüss.